Wir haben ein altes Haus gekauft, 60 Jahre alt. Du fängst an bei Google, du recherchierst mal ein bisschen. Du landest im Handwerkerforum Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Ungefähr am zweiten Abend stellt sich langsam Verzweiflung ein, weil welche Fördermöglichkeiten, welche EnEV, welche gesetzlichen Vorgaben, wer kann das nochmal, welchem Handwerker musst du wann Bescheid sagen, du bist völlig verzweifelt. Wir sind Michael, Philipp und Pascal. Gemeinsam sind wir Energieheld. Energieheld ist eine unabhängige Online-Plattform, die den gesamten energetischen Modernisierungsprozess von Immobilien für Kunden und Handwerksbetriebe digital abbildet. Das heißt, mit unserer digitalen Lösung schaffen wir für Kunden und Handwerksbetriebe einen effizienten und transparenten Prozess der Sanierung. Wenn man sich die Energieverbräuche anguckt in verschiedenen Sektoren in Deutschland, ist es so, dass die meiste Energie im Gebäudesektor verbraucht wird. Das sind ca. 40 Prozent. Und das ist mehr als zum Beispiel im Bereich Verkehr und Industrie. Energieheld bietet eigentlich eine ganzheitliche Lösung. Der Kern dieser Lösung ist, dass wir vor allen Dingen unabhängig beraten. Und das Ergebnis ist, dass Energieheld-Kunden eben die beste energetische Modernisierung bekommen. Nicht nur preislich, auch qualitativ. Die Modernisierung von Immobilien ist ein sehr beratungsintensives Produkt. Insofern ist Energieheld regional aufgestellt und kann mit seinen Kundenberatern vor Ort am Objekt die Kunden persönlich beraten. Das Energieheld-Prinzip ist sehr effizient. Der Online-Einstieg ist super einfach. Wir melden uns dann sofort und erheben alle Daten. Der Kunde bekommt schnell und zuverlässig zwei Angebote. Und bei der Umsetzung ist Energieheld immer als Ansprechpartner da. Der Energieheld-Service ist für unsere Kunden kostenlos. Die Vergütung findet über unsere Handwerksbetriebe statt. Das traditionelle Handwerk steht vor der großen Herausforderung des digitalen Wandels und auch dem Trend, dass sich Kunden immer mehr online informieren und Anfragen stellen. Die Zusammenarbeit mit Energieheld verschafft uns insofern Vorteile, als dass wir schon ein kleines geschnürtes Paket zum Arbeiten bekommen. Und dann können wir einfach auch viel besser starten. Energieheld ist für mich sehr wichtig geworden, weil ich von Energieheld gut aufbereitete Kundenanfragen bekomme. Ich habe fast keinen Ausschuss dabei. Das heißt, es werden wirklich zum Großteil Aufträge, die Anfragen. Und wenn, dann sind es auch immer höherwertige Aufträge. Also durch die Plattform, die Energieheld geschaffen hat, haben wir die Möglichkeit, online Kunden zu gewinnen, die rein mit der Internetseite, die wir haben oder mit dem Internetauftritt, erst mal gar nicht so zu erreichen sind. So entsteht eine Win-Win-Win-Situation, in der alle glücklich sind, unsere Kunden und Handwerker, aber vor allem Energieheld, weil wir jetzt schon mit unserem Modell sehr, sehr attraktive Umsätze erzielen. Das Spannende an dem fragmentierten Markt ist, dass er von 40 auf 80 Milliarden stark wachsen wird. Zweitens, der Digitalisierungsgrad über 25 Prozent deutlich ansteigen wird. In diesem Multimilliarden-Wachstumsmarkt sind wir mittlerweile die Nummer 1 Online-Plattform in Deutschland, bis seit über 3,8 Millionen Besuchern. Energieheld hat über 38.000 zufriedene Kunden. Diese Anfragen sind für uns quasi kostenlos. Unseren Umsatz konnten wir im Vergleich zum Vorjahr um über 100 Prozent steigern. Und dieses funktionierende und profitable Geschäftsmodell wollen wir gerne auf ganz Deutschland ausweiten, damit auch Kunden in anderen Regionen in Deutschland von unserem Service profitieren können. Wir hatten uns 2015 Gespräche mit strategischen Investoren geführt und auch Angebote vorliegen. Wir sind aber der Meinung, dass unser Geschäftsmodell und auch der Klimaschutz ein Thema für die Crowd ist und wir hoffen natürlich, Unterstützer zu finden. Wenn man sein Haus saniert, dann bist du eh schon verunsichert. Dann kriegst du langsam Angst, weil es gibt eine Energiesparverordnung, es gibt Fördermaßnahmen, es gibt Förderrichtlinien, es gibt Millionen von Handwerkern, die dir alle versprechen, sie machen das in kürzester Zeit und irgendwann bist du komplett verwirrt. Und in diesem Augenblick der Schwäche wünschst du dir eigentlich jemanden, der stark ist, der stärker, der ein Held ist, der dich da rausholt. Die Energiehelden können das. Die Energiehelden können das.